Hallo Schauen wir uns erstmal so... Oh, Baum Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern Ist das Hartz? Toi, toi, toi Warum mach ich das nur? Das hat noch nie geklappt Oh, Cedric, guck doch mal Der guckt so traurig Mensch, Cedric, jetzt komm doch mal, reiß dich zusammen Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen Und er ist genauso holzig Mal gucken, gibt es hier denn sonst noch irgendwas? Irgendwie Baum Da ist ein Loch Der Baum scheint hohl zu sein Ja Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen Und er ist genauso holzig Habe ich das Loch denn? Der Baum erinnert entfernt Okay Und reinguck Das Loch ist zu klein für meine Hand Außerdem Wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen Spot Zeit für dich Wie sollen wir da nur hochkommen, Spot? Bei deiner Höhenangst? Geh ins Loch Als Spot noch eine Larve war Hat er durch jedes Loch gepasst Da war er noch niedlich Ist doch immer... Oh gut, ich habe mal eine Putze geholt Können wir vielleicht den Kescher... Ich meine klar nicht, aber... Das wäre das Erste, was ich mir so denke Baum Loch Das ist zu groß, um in das Loch zu passen Was? Ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin Gehen wir erstmal weiter Gut, gehen wir zu den Ruin Da ist ein Busch Busch Ebenfalls die Zunge rauszustrecken Aber das wäre unter meiner Würde Tu's doch mal Nein, da bewegt sich nichts Wie in meinem Leben Was für Schildkröten? Die Statue einer Schildkröte Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat Bleibt dem Betrachter verschlossen Vielleicht, weil Schildkröten toll sind? Schildkröten sind stumm Irgendwie sympathisch Ja, sie können sich nicht so runter machen Was? Ich habe doch... Ich habe eine Schildkröte hier Da ist noch eine Schildkröte Die Statue einer Schwarung der Künstler Könnte ich die auch mitnehmen? Du trägst tatsächlich gerade Schildkröten mit dir rum Ich könnte rein, die Schaufel in den Baum Was ist denn das hier? Zuvor eine ganze Menge Zunge Moos Oh Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe Moos Ich habe das Bedürfnis, ihn... Aber das wäre... Hey Nein, nein, nein Interessant Ich bin... Moos Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab Hm... Vielleicht mit, 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 mit... Das Schaufel Damit kann ich hier nichts ausrichten Wenn ich die Wohnwagen entmose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch Ein... Eine Art Schlüssel? Hm... Ich habe das Bedürfnis, aber das wäre unter... Naja, ich will doch nur... Was haben wir denn... Nein, Moment Was haben wir denn... Was haben wir denn da... Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Ach ja... Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes Eine Art Schlüssel? Eine Art Schlüssel Vielleicht können wir auch einfach den Schaufel reinstecken Oder... Vielleicht den Korken Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren Unberührt Unerschütterlich Unverändert Und das soll auch so bleiben Hm... Ich wäre mir da ganz so sicher Korken Das ist ein Wappen Diese Statue steht hier unberührt Und das soll auch so Hm... Einen Busch habe ich ja noch nicht genau betrachtet Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben Ich muss hier irgendwie durchkommen Es muss... Hallo? Shana? Hm... Schade Hätte ja möglich sein können Mit bloßen Händen bekomme ich dieses Gestrüpp niemals weg Aber ich sollte diese Idee im Hinterkopf behalten Für den Fall, dass ich mich irgendwann von giftigen Dornen perforieren lassen will Man weiß ja nie, wann man das macht Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht Man kann nicht immer alles das finden Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben Ich muss hier irgendwie durchkommen Gleich die Bärenkralle Nutzen wir die doch Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum Aber ich habe scheinbar nichts Was mir hilft hier durchzukommen Hm Ich glaube hier sind wir auch schon wieder so ein bisschen radlos Was das angeht Neben einem hier ist auch nichts Da unten, da unten, da unten ist nur der Weg Und hier möchte ich ganz kurz mal ausprobieren Ob ich die Schaufel vielleicht da reinstecken kann In den Baum Also in das Loch Cedric Magst du mal bitte die Schaufel Dann können wir da vielleicht noch hochklettern Das wäre so eine Idee Das ist zu groß, um in das Loch zu passen Das ist was sie sagt So nach dem Motto, ne? Ja okay, der war flach Der war flach, der war nicht gut rübergebracht Hm Erstmal so versuchen umzugucken Da ist eine Schüssel Ja, das ist doch immer ein Schummer und ein Totem Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein Der Bärenkraller Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen Indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere Das habe ich oft genug ausprobiert Oh Gut Da spucke ich lieber nicht rein Ich will nicht noch eine Gottheit erzürmen Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein Vielleicht ja auch wirklich nicht Nein Die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden Ist echt ein bisschen was los Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein Ein Friedhof? Hm Nein Wolle eher eine Opferstelle Vielleicht für das Orakel Ich habe es mir zur Regel gemacht Keine fremden Kultstätten zu schänden Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst Der hasst dich doch gar nicht Also glaube ich zumindest Ich habe es mir zur Regel gemacht Keine fremden Kultstätten zu schänden Es reicht schon, wenn... In Ordnung Dann hinten geht es noch Dann ist hier draußen noch was Da ist noch ein Totem Da ist ein Schüssel Und da ist noch ein Totem Hat das eine Bedeutung, dass alle drei angezeigt werden? Ich weiß es nicht Aber ich gehe mal in die... Hörlach rein Pilz Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern Ja, ich merke es schon Das ist krank Nein, danke Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte Man weiß die viel, jetzt schmeckt es ja Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln Und diese dort schon gar nicht Pupsen die? Spinnennetz Ähm... Okay Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren Dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist Ohne eine entsprechende... Spinne Das ist das, was mir auch gerade Sorgen macht, Cedric Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein Aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du Echt? Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen Aber ich habe da diesen Splitter im Finger Und das Netz sieht wirklich stark aus Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnennphobie zu tun Sicher? Sicher auch, ja und dann... Staufel Mal sehen Was? Nein, tu es nicht! Nein, das Netz ist zu stark Auf diese Weise komme ich hier nicht durch Spott, du bist doch bestimmt toll im Spinnennetz Tja, Spot, der Weg ist versperrt Was soll's? Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nicht durch Was? Ich bin nicht feige Ich blicke nur etwas tiefer in die Bedenkenkiste als andere Mhm Vielleicht Pilz? Spott ist gut im Pilzesuchen Dummerweise frisst er sie immer alle selbst auf Sonst noch irgendwas? Osser Da Pilz, da Pilz, da Pilz Kann ich irgendwas mit den Pilzen... Vielleicht kann ich den jemanden anschönten Schau nicht so gierig Du bekommst heute nichts mehr zu essen Sieh dich doch nur an Du wärst fett Hey Spot, ich habe eine Idee Du könntest doch den Köder spielen und... Tja, weiter bin ich noch nicht mit meinem Plan Aber man kann schon erkennen, dass er einiges an Potenzial hat, nicht wahr? Definitiv Ich habe hier auch irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht so ganz richtig sind Noch nicht, also... Aber schon mal überall umgesehen, das ist schon mal ganz gut Spotti, mein lieber Freund Magst du mich als... Hm, das könnte klappen Was? Nein! Was? 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 Nein! Nein! Was? Komm mal her, Spot Nein! 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 Tu das nicht! Und... Hepp! Was? Was ist denn... Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Die Schüssel! Ich habe eine Schüssel Opas Schildkrötensuppe ist grauenvoll Ich habe es ihm gesagt Er meinte, ich esse auch viel zu langsam Aber ich finde nun mal Solange die Suppe versucht wegzulaufen Ist sie einfach noch nicht fertig Stimme ich ihm absolut... Aber... Mit... mit... So? Gott... Und wofür jetzt die Schüssel? Ich meine... Hm? Ich habe auch eine Kräte Damit kann ich hier nichts ausrichten Ich weiß auch nicht Bären haben ihre eigene Methode Fische zu fangen Sie sind auch schnell Und können erstaunlich gut klettern Dafür wissen sie nicht Wie man mit Hupenschuhen läuft In Ordnung Da ist noch der Zettel Da ist doch die Schaufel Der Kompass Die Karte Der Kescher Kann ich vielleicht mit der Bären Ich glaube zwar nicht dran Aber... Bärenkreuer Ich bin nett Mal sehen Nein, das Netz ist zu stark Auf diese Weise komme ich hier nicht durch Kann ich vielleicht Das und das Die sollte ich lieber nicht verbuddeln Die brauche ich noch In Ordnung Das klingt hier alles so falsch Und ich weiß nicht Ob ich da wirklich lang möchte Nicht so wirklich Gut Gehen wir hier nochmal raus Und denken wir nach Baum Ufer Zirkus Ruin Ich meine Wir haben ja jetzt eine Schüssel Und Let's Spot Spot Was steht da rein In das Loch Vielleicht Sieh mal Spot Was ich hier gefunden habe Hey Spot Hier spielt die Musik Hä Busch Hey Spot Kannst du dich da für mich hindurch zwängen Was kannst du überhaupt Ist aber süß Ähm Ja Das ist immer Das ist immer noch voll Eine Schüssel Vielleicht kann ich die hier Ins Loch Ich glaub's ja nicht Aber Das passt hier nicht Hier fehlt offenbar etwas bestimmtes Eine Art Schlüssel Hm Ich meine ich hab zwei Schlüssel Kröten Ich will mal etwas anderes ausprobieren Davon nutze ich allerdings zurück zum Zirkus Also Zirkus Hallo Wieder da Falls es jemand interessiert Spotty Mein lieber Freund Magst du vielleicht die Kerze Spot hat keine Angst vor Feuer Er hat vor kaum etwas Angst Ich glaube ihm fehlt die Fantasie Dann Spot hat Er hat vor kaum etwas Ich glaube ihm fehlt Dann vielleicht normal werden Spot Kerze Spot hat keine Angst vor Feuer Ich glaube ihm fehlt Okay schade Hätte sein Körscher Weil ich kann mir vorstellen Wie das Feuer da entzünden kann Opie Was sagst du der Schildkröte? Wann machst du das nächste Mal Schildkrötensuppe Opa? Sobald ich dazu gekommen bin Den Topf zu desinfizieren Wieso? Nur so Ich brauch halt noch ein Alibi für den Tag Okay Was sagst du dazu Ben Sammelst du schon wieder Krempel Lass mich damit in Ruhe Du siehst doch Dass ich alle Hände voll zu tun habe Ja Bruderherz Gedulde dich junger Mann Die Suppe ist noch nicht fertig Opa ist kein Verschlossener Im Gegenteil Er ist ein offenes Buch Bei dem allerdings langsam die Buchstaben verbleichen Gut Also da ist auch nichts Gott ich fühle mich immer so Ja Ne bestimmt nicht Ruin Baum Ich habe das Gefühl Ich habe das Gefühl Ich übersehe hier irgendwas Aber hier ist auch nur Baum und Loch Und das weiter Ne Baum Doch ist das ist doch Harz Das habe ich die ganze Zeit richtig gesehen. Aber warum wird mir das denn so angezeigt? Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Armer Baum. Nein. Seit Opas letztem Harzer Leberkäse habe ich erst einmal genug von Harz. Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an. So. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. In Ordnung. Dann eben das übliche Bärenkralle. Hm. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. In Ordnung. Schaufel. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Eine Art Gefäß. Schatulle. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Ein besseres Gefäß. Eine Schüssel. Ah. Und dann die Bärenkralle mit dem Harz. So. Ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt. Jetzt ist sie ganz klebrig. Jetzt habe ich eine harzige Kralle. Die ich mit der Schaf. Die sollte ich lieber nicht verbuddeln. Die brauche ich noch. Hm. Vielleicht jetzt in der Höhle. Nicht hier. In der Höhle. Ich meine. Man weiß ja nie. Aber vorher. Bis zum nächsten Mal. Gott. Ich hoffe es hat euch so weit gefallen. Wir haben hier ein bisschen was geschafft. Also auf Wiedersehen. Bye bye. Und tschüss. Tschüss. Bis dann. Bist niemand allein.